...auf die Nerven zu gehen. Oh, nicht schon wieder, Frogger! Nein! Nein! Nein, nein! Nein! Daddl, du weißt, dass ich dann da wieder nicht drauf eingehe? Einfach nur... Wo müssen wir hin? Stimmt doch wahrscheinlich, oder? Ach, fast! Okay, hier ist sonst nichts mehr noch. Nee. Langweilig. Ja, Gerhard und sein Fallschaden. Diesmal habe ich geguckt. Diesmal hat es nicht geklappt. Diesmal habe ich geguckt. Da kam ich jetzt daran, dass ich gerade mein Gezinkkopf hatte. Auch jetzt nicht, nein. Außerdem besitze ich Frogger nicht, deswegen können wir es auch nicht spielen. Ich kann es vorstellen, dass da keine Bank war. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Mein lieber Kerl in Stumpfhosen. Nein, 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 nein. Lecker! Sah sehr... appetitlich aus. Ich wiederhole mich nicht gerne, Dattel. Das liegt sehr... An sich würde ich dich nicht ignorieren, nee. Ich wiederhole mich nur nicht gerne. Achso, was haben wir denn hier alles bekommen? Das ist scheiße. Oh, das ist gut. Wir haben mal was bekommen, was wir gebrauchen können. Das ist mittlere Rüstung. Schwere Rüstung, aber für eins schwere Rüstung. Okay. Ich kann mir vorstellen, was deine Frage ist. Ich befürchte, was deine Frage ist. Und nein, wir spielen nicht vorher. Du darfst die Frage stellen. Es sei denn die Frage, als spielen wir vorher. Dann, äh, nicht. Ansonsten darfst du gerne jederzeit... Ansonsten darfst du gerne jederzeit Fragen stellen. Immer wieder gerne. Immer wieder sonntags? Nie wäre es halt Fragen kommen. Oh Gott, jetzt kommt Broga im Push-Stream. Ich habe so ein bisschen Angst. Hier hätten wir aber ruhig mal besseres Wetter reinpacken können. Das ist ja fast wie in echt. Ich habe nicht mehr sonntags, kommt die Erinnerung. Nee, eigentlich immer erst Montags. Ich bin weg. Ich bin weg. Da ist Archie. Nee. Wir spielen die DLCs nicht. Wir machen Dark of Follow-up weiter. Ich habe ein Problem. Da sind Archies. Wo gibt es... Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich wusste, dass die Frage kommt. Nein. Auch das nicht. Es gibt keine Push-Streams und es gibt kein Froger. Allein, weil ich immer noch nicht weiß, was Froger ist. Und ich auch einen Froger nicht besitze. Weil es so ist. Es ist einfach so. Was tue ich jetzt? Ich kann nicht weiterspielen. Das ist eine Spinne. Wer war noch mal der Blutmann, der gesagt hat, das gibt es ja keine Spinne. Das wird so nichts, ne? Da ist noch so ein Viech. Boah, da sind ganz viele von den Viechern. Ich kann nicht weiterspielen. So, ich mache mal das Round-Gleiser. Das macht es mir vielleicht einfacher. Es gibt doch nicht mehr sowas wie einen... Ich kann doch nicht mehr rauszoomen. Scheiße. 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 Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Du gehst ja. Au. Gegen dich habe ich nichts. Scheiße, Scheiße. Ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Weiche von mir, böser Geist. Das ist grauenvoll. Warum tut mir das Spiel das an? Ich habe es bis eben geliebt. Ja, also die spinnen bleiben ja, die verschwinden ja nicht. Die habe ich ja spätestens beim nächsten Mal. Also egal, ob ich jetzt weitermache und die Spinnen jetzt töte oder ob ich beim nächsten Mal weitermache und die Spinnen dann immer noch da sind. Die muss ich ja töten. Es ändert nichts an der Tatsache. Ob ich es jetzt mache oder ob ich es aufschiebe. Ich bin, sind weiterhin vorhanden. Wir beeilen uns. Wir reiten ja einfach ganz schnell durch. Schöck mir, was du zu bieten hast. Nee. Mach das Kribben weg, mach das Kribben weg, mach das Kribben weg. Ich esse Spinnen. Das ist ja schon gegen Spinnen. Nicht in dem Spiel. Und in allen anderen Spielen gehe ich genauso ab. Ich hasse Spinnen. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Egal ob sie in Videospielen sind, in Filmen oder in echt. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Ich kann mir die nicht geben. Ich kann mir die nicht geben. Es hapert schon an diesen... Die Beinchen und die Augen und dieses Spinnengeräusch. Boah, nee. Nee. Das geht nicht. Ich hasse Spinnen. Da. Nee. Jetzt hör doch mal auf mit dem Frogger. Ich besitze Frogger nicht. Das ist da hinten keine Spinnen. Das ist da hinten keine Spinnen. Ja. Die kämpfen ja gerade gegen Spinnen. Ja. Und die kämpften ja gerade gegen Spinnen. also hier oben werde ich mich auf jeden fall jetzt nicht großartig umsehen in dem gebiet hier ich hätte ja echt war echt jetzt überlegen ob ich mich hier oben sehe aber das erspare ich uns mal ja alles alles klar denn dir auf jeden fall seine gute nacht und bis morgen das mag sein vielleicht spielen wir auch irgendwann aber jetzt zu diesem zeitpunkt will ich erst mal diese gegend hinter mich bringen danach geht es auch die spinne da alleine fertig kriegen ich habe gehofft man besser die spinner besiegen woher woher Dachchen! Na Archie? Alles gut? Also einmal Sound leiser machen, damit ich Kribbelkrabbel nicht höre. Oh, 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 oh. Oh, das ist echt eklig. Oh Gott, es kribbelt schon überall. Weg, 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 weg. Bei mir will ich einfach nur noch diese Gegend hinter mir haben. Immer noch so ein Viech in der Nähe. Wir sind nur Pixel. Wir sind schon lange keine Pixel mehr. Leider. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Nee, wir wollen uns nicht umsehen. Hier fand wohl ein blutiger Kampf statt. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Ja, ich geh grad absichtlich so. Was mag das wohl bedeuten? Hm. Die haben wahrscheinlich eine Geisel. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich hab die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Bei jedem Kleinen sind... ...witziger Geräusche zuckig zusammen, ey. Von da hinten kommen wir auf jeden Fall jetzt noch... ...geräusche. Ja. Gefunden. Sie führt dort, Land. ich habe ein sehr ungutes gefühl die spur endet hier unter dem dreck und staub verbirgt sich eine falltür ein geheimgang ok und wehe das gibt es wieder ein spinnes menschen menschen sind gut da sage ich auch lieber die leute hier mit den schäden ja das einfrieren ist praktisch aua hinten bräuchte ich bin ja irgendwo auf der netz das versteht nee dann hätte ich aber dann hätte sie noch lauter geschrien ich hatte das tatsächlich mal dass hier über tatsächlich einmal über den kompletten schreibtisch und spinne lag gekrabbelt und das schlimmste ist ich hatte sie dann unter einem glas gefangen und ich hatte dieses glas nicht angerührt und plötzlich war diese spinne aus dem glas weg und plötzlich dass sie halt auch wieder direkt vor mir ich habe diesen raum eine ganze weile nicht vertreten und das war auch noch im stream ich hatte dann erst mal etwas längere pause der stream ist leider nicht mehr verfügbar war glaube ich irgendwann im februar februar meine ich also nicht für nicht besonders schön wieso die übrigen bandit lager auf das ist nicht euer ernst ist Okay, also einmal da hin. Gut, da oben sollte eigentlich keine Spinnen mehr sein. Hoffe ich. Das ist eine böse Sache, aber so geht es mit Wespen. Ja, bei Wespen hatte ich das früher auch ganz, ganz extrem. Dann eine ganze Weile nicht mehr. Und seit ich letztes Jahr noch mal von einer Wespe gestochen wurde, zweimal hintereinander. Also sie hat erst einmal zugestochen, dann hat sie noch mal direkt untergestochen. Und daran ist sie dann auch verändert. Und seitdem habe ich wieder Angst vor Wespen. Aber nicht mehr ganz so padrisch, aber schon nicht ganz ohne. Aber wie gesagt, bei Spinnen, das geht für mich gar nicht. Mit Spinnen kann ich einfach nicht konform gehen. Hier habt ihr so eine große Angst vor. Und das Problem ist, Spinnen sind eigentlich in fast jedem Film, in fast jedem Buch, in fast jedem Spiel. So diese Pixel-Dinger aus Final Fantasy oder sowas, das geht alles. Herr der Ringe ist es auch noch, geht es teilweise in Herr der Ringe Online. Da kann ich rauszoomen. Aber wenn sie sich dann halt so von der Decke runterhangeln, dann fange ich auch an zu schreien. Also es gab schon einige geile Schreimomente in HDRO. Seht meine Tapferkeit, ich sehe deine Tapferkeit. Aber dass es jetzt hier in Witcher halt auch noch Spinnen gibt, damit kann ich irgendwie gerade hier rumgehen. Das ist so geil. Ich habe endlich mal ein Spiel gefunden, wo es keine Spinnen gibt. Wo es halt spinnenähnliche Viecher gibt. Die haben aber sechs Beine. Und wenn der von sechs Beinen hat, dann geht das noch. Das ist da keine Spinne, weil Spinnen haben keine sechs Beine. Spinnen haben acht Beine. Weil sechs Beine sind Käfer. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Deswegen. Das Schlimmste ist, dass diese Angst vor Spinnen lähmt mich halt auch in so vielen Spielen. Ja, ich mag dir noch nicht mal mehr schaden, ne? Ich mag mir noch nicht mehr schaden, ne? Ich mag mir noch nicht zu spät. Ich mag mir noch nicht zu spät. immer jedes Tierchen retten und aus dem Fenster werfen. Wespen haben bei mir schlicht keine Überlebenschancen. Da wird sich mal verhandelt. Ja, wie bei mir mit Spinnen. Spinnen wirken in solchen Spielen. Du solltest dich ja gruseln und fürchten, als du gewollt. Jeder gruselt sich für etwas anderem. Ah! Ich weiß nicht, bei mir... Ich grusel mich tatsächlich nicht vor Spinnen. Das ist kein Grusel, das ist einfach nur Ekel. Das ist anders als wie zum Beispiel eine Angst vor Clowns oder eine Angst vor Zombies. Die Angst vor Spinnen ist halt wirklich eine Phobie, die noch tiefer sitzt. Die dann natürlich noch dörder ist, wenn sie dann halt wirklich ausgelöst wird. So eine normale Angst, wie halt bei Horrorfilmen oder Spielen, wenn da halt ein Zombie kommt. Ja, das ist so eine normale Angst. Ich habe jetzt nicht Angst, dass hier irgendwie so ein Zombie auftaucht, aber... Ne? Man gruselt sich halt davor. Bei Spinnen ist das halt wirklich eher... Das ist kein Grusel, das ist... Irgendwas anders. Ne. Schlimmer als jeder Gruselfaktor. Gibt nichts Schlimmeres als Spinnen. Jetzt sind wir nicht mehr nötig. Ne, in dem Fall tatsächlich nicht. So, eins habe ich noch vergessen. Uh, schwere Rüstung. Weil das war halt die meisterlich gefertigte. Also, ich werde die hier auf jeden Fall behalten. Achso, das kann ich nicht machen, wenn das... Okay. Alles gut. Oder immer Aksi. Okay. Okay. So, jetzt erst mal auf die Straße jetzt zurück. Gucken. Ich glaube, in die Richtung ging es zum... Ja. Ich will mir nämlich teleportieren. In dieser Gegend ist für mich laufen unmöglich jetzt. Ich glaube, es wurde mir quasi abgenommen. So. Bloß weg hier. In die Gegend möchte ich nie wieder zurück. Widerlich. Widerlich. Da habe ich echt überall Angst. dass hier überall irgendwo Spinnen auftauchen können. Weil hier oben waren eigentlich nie welche. Ah gut. Ich hatte echt Angst. Aber Bären gehen. Ja, das ist toll. Ich mag Bären. Aber sobald wir bei dem einen Banditenlager waren, werde ich dann tatsächlich mal zu dafür zu wechseln. Das ist gut. Hier geht es schon wieder auf Bären. Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Ich habe vor allem Angst, was hier vorhin flucht. Ich habe vor allem Angst, was hier vorhin flucht. Alles klingt jetzt für mich nach Spinnen. Weiß mal, da müssen es auch noch ekelhaft sein. Ja, das ist meine Tappbarkeit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mike, vielen lieben Dank für den Raids. Vielen lieben Dank. Und herzlich willkommen hier. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Was habt ihr denn so gemacht? Oh Gott. Warum habe ich das Gefühl, dass ich drauf gehen werde? Ja, okay, das ist meine Meinung. Seit einer Woche kommt jeden Tag ein Indisch-Essen. Äh, Indisch-Essen gehen. Ah, okay. Echt? Indisch ist überhaupt nicht so meins. Ich sterbe gerade. Jetzt nicht mehr. Sterebe ich dann doch nicht mehr. Ich bin fast sofort für euch da. Äh, wir haben Tornul gezockt. Oh, okay. Das sagt mir mal so gar nichts. Was ist das denn? Und ich hoffe, es geht einen gut. Aha. Warte mal. Ja, brennt. Oh, komm schon. Irrheit. Uh, so, jetzt bin ich voll und ganz da. So. Leicht anstrengend. Äh, hallo Krammeln. Schön, dass ihr da seid. Wer isst noch gern Indisch? Ich ekel, ich auch. Ne, Indisch ist irgendwie... Ich weiß gar nicht. Gut, ich habe aber auch noch nicht so viel Indisches Essen gegessen. Davon mal ganz abgesehen. Weil bisher war das immer so... Seltsam. Liegt aber, glaube ich, mit anderen Gewürzen. Was ich gerne esse, ist, äh, chinesisch. Das esse ich sehr gerne. Bin ich ein großer Fan von. Glaub ich könnte mich fast ausschließlich nur von chinesisch ernähren. beim Selbstgemachtes. Was haben wir denn, der schön ist, bekommen? Äh, Uwe Witch, da habe ich, glaube ich, bis zur Hälfte gezockt oder so. Echt? Ich, äh, also es ist jetzt gerade mein erster Durchgang. Wir haben vorhin die Hauptstory abgeschlossen und sind jetzt bei den DLCs. Und, ja. Ich bin auf jeden Fall begeistert und, ja. Ich kann es nur empfehlen, spiele es nochmal. Äh, PS5-Exklusivspiel. Ein Horror-Shooter im Rook-like-Style. Ah, okay. Ja, PS5 habe ich leider noch nicht. Ich besitze tatsächlich schon Spiele für die PS5, aber ich besitze keine PS5 selber. Das ist leider... Yeah. Äh, also Wirtual ist wie gesagt richtig geil. Richtig, richtig geil. Es hat zwar manchmal, muss ich auch sagen, so manchmal ein paar Stellen, die sind relativ langatmig. Vor allem, wenn man halt so die, oder manche Nebenquests macht. Aber es gibt halt auch so Nebenquests, die sind so geil, die haben so eine geile Storyline. Das ist... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin aber auch ein richtiger Ubitscher-Suchteam mittlerweile. Wir haben, äh, Teil 1 bis 3 jetzt hintereinander weggespielt. Ohne Pause. Und ich habe eindeutig zu viel Zeit in diesem Universum verbracht. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was wir erstellen können? Äh... Wenn wir noch einen Gegner töten, das wird dann, samt sich vorübergehend die Zeit. Ne, das wirkt Dauer. Ja. Witchers Sucht. Definitiv. Also, Witchers, äh, Suchtpotenzial. Vor allem auch, die Charaktere sind echt cool. Ich muss nach da hinten. Code. Oh. 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 Ostras. Yum, yum.